Kim? Was soll die Scheiße? Was ist die los? Ihr kennt euch? Können wir bitte ganz kurz reden. Egal, was zwischen uns jemals war. Ich habe für heute nichts mehr für dich. Ich muss jetzt einfach einen Neuanfang machen. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Und ich werde Mike einfach immer lieben. Emmi, ich liebe dich. Mann, das stimmt heute vom Foodtruck, Emmi. Katze, ich kann mir auch grad nicht vorstellen, wieder mit Janis zusammenzukommen, okay? Was das für Kretze um mich bedeutet? Ja, wenn ich das wüsste. Emmi hat dir versichert? Ich werde nie wieder mit Janis zusammenkommen. War schön, mit dir hinzugucken. Aber? Ich fänd's schade, wenn du mir jetzt gehen würdest. Wenn du dich jetzt wirklich beweisen willst, besorgst du mir dieses Auto. Erklär mir mal bitte, wie ein Auto aus der Werkstatt rauskommen kann, ohne Einbruchsspuren. Da ist das gekaute Auto, Mann! Hey! Danny! Fuck, fuck, Danny! Berlin Tag und Nacht. Montag bis Freitag, 19.05 Uhr bei RTL 2. Jetzt schon vor TV-Ausstrahlung die aktuellen Folgen streamen. Nur auf TVNOW. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.